Hallo und herzlich willkommen zur Türchen Nummer 19. Oh mein Gott, es ist fast schon so weit. Türchen Nummer 19. Was sagst du? Achso, ich soll das Spiel präsentieren. Ja klar, sorry. Mit The Magnificent haben wir einfach einen Glücksgriff gemacht. Es hatte mal jemand gesagt, ey, das ist ein cooles Spiel und ich dachte mir so, ja, schauen wir mal. Ich mag das Cover natürlich, also ich finde das wirklich richtig schön und dann kommt es auf den Tisch und man denkt sich so, ja, wir versuchen hier Artisten und ein bisschen Puzzlearbeit zu machen. Aber das ganze Ding hat viel mehr. Denn nicht nur, dass es halt wirklich sehr, sehr merkwürdige Wesen sind, die wir hier vorantreiben und wir einen skurrilen Zirkus haben. Wir versuchen einfach der beste, ja, der beste nicht Dompteur zu sein, sondern der beste, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der das Gesamte dort leitet. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall ist es so, dass man wirklich, es ist so krass verzahnt, was man hier machen kann. Denn man braucht auch diese Plättchen, um zu puzzeln, weil man da wieder was freischalten kann. Man muss aber auch wirklich überlegen, wie man es puzzelt. Aber das ist nicht der Hauptclou an dem Ganzen, sondern es ist wirklich daran gelegen, ich muss meine Sachen abarbeiten. Ich muss versuchen, die freizuschalten, damit ich mehrere Sachen machen kann. Aber dafür brauche ich wieder was, damit ich die Karten im oberen Bereich auch abarbeiten kann und damit auch Siegpunkte generieren kann. Und das hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, dass es auch bald wieder auf dem Tisch landen muss, weil es einfach schon wieder viel zu lange her ist, dass wir es gespielt haben. Ich weiß noch, mit wem wir das gespielt haben, aber ich kann euch nicht mal sagen, ich glaube, das ist auch schon wieder ein Jährchen her. Und eigentlich ist es viel zu gut, als dass man das einmal im Jahr spielt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist auch ein schöner Plan. Es ist dunkel und trotzdem voller Farben und Effekte und Feuer. Und deswegen ist es einfach ein richtig schönes, gelungenes, tolles Spiel. Ja, das war's. Macht's gut, habt einen schönen Tag und wenn ihr in den Zukunft geht, viel Spaß. Ciao. Ciao.